Hallo, herzlich willkommen bei den Aufregers wieder bei Part 10 in Famous, Let's Play, Dave, Oli, Cole McGrath, sehen wir nach, das Wasser ist schwarz, ha, guter Anfang, ja, ähm, es ist immer noch Wasser, ich wollte gerade sagen, auch schwarzes Wasser, das habe ich jetzt rausgekommen, komm schon, atme, atme, was machst du denn hier? Ich soll für Moja überprüfen, was mit dem Brunnen ist, er ist Moja, nicht so wichtig, hör zu Trish, ich weiß, was der Kerl über mich gesagt hat, du hast meine Schwester auf dem Gewissen, ich schwöre, ich wusste nicht, was in dem Paket ist, ich will es nicht hören, du willst helfen, gut, schließe das Ventil da drüben, es ist blockiert, ich kann es nicht drehen, darüber gelang der schwarze Tee in den Brunnen, ja, das hat er, sehr, ja, und wir werden langsam, also ich habe, weiß nicht, ob du das schon seht, oder auch mal durch unsere Auflösung, natürlich, Haar, irgendwie nicht so hochqualitativ ist, aber unser Hinterkopf ist schon Blut unterlaufen, man sieht dann, dass wir lösen, das ist kein Blut, das ist ein Blut, das ist ein Blut, das ist ein Blut, das ist ein Blut, egal, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, oh, so, ich habe dich beobachtet, komm, ich habe auf diesen Moment gewartet, musst du reiden, was zum, wir sind fest, Was zum Geier, Teufel, Halt still Mehr Schweinchen Danke Ähm, Jabba Buki Ja Ich helfe dir nur dieses eine Mal, Cole Wenn du das Zeug nochmal abkriegst, kannst du warten, bis es von alleine weg geht Die liebt dich Ja Ähm, was das war Ich habe mich um den Brunnen gekümmert, ich musste das Zufelventil zudrehen In der Gegend gibt es zwei weitere Hauptwasserleitungen Alles klar, ich dreh sie ab, mal sehen, was passiert Oh mein Gott, was passiert dort? Ähm, das war, wie erkläre ich das am besten? Dieses schwarze Brunnenwasser ist verseucht, deswegen ist es schwarz Ähm, so, genau, ja, nee, ähm, ja, danke Jetzt verseucht Ja Okay, darf ich jetzt weiterreden? Ja, sehr nett Ähm, diese Seuche bewirkt, dass die ganze Bevölkerung krank wird Und, ähm, uns haut sie Halluzination rein Und die Stimme, die wir gehört haben, die das gerade uns gesprochen hat Das ist, ähm, genau genommen, quasi schon mal der erste Endgegner Ah, okay Das ist bestimmt so eine... Nee, nee, ich sag's jetzt nicht, es kommt wieder rein Aber es liegt mir so auf der Zunge, darf ich sagen Sag's ja nicht Das ist doch, das erinnert mich gerade so an Herr der Ringe Die, die Elventusse, die könnte es doch auch Oh, weißt du, wie ich meine? Ja Die, 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 wie heißt sie? Wie heißt sie? Oh, mir läuft es gerade fertig, wie heißt sie nochmal? Warte, irgendwas war... Galadriel, Galadriel, hast du die Muss ich dran drehen? Das war der Galadriel Das sieht groß wie Öl So, und jetzt? Oh, Scheiße Ich spüre deinen Liebeskummer, komm Okay So viel Gefühl Vollkommen ohne Ziel Oh, fuck, da ist ein Korn durch Sie ist nicht auf jeden Fuck, fuck Ich wäre schon so oft tot Ich hätte ihn jetzt ausgesaugt Ich wollte Strom haben Ich hätte auch da Strom holt Okay, also das... Nee, ich hätte nicht ausgesaugt Wenn ich ihn ausgesaugt hätte, hätte er mich sofort... Wäre ich erschossen worden Also ich muss es an der Stelle sagen Ich habe ihm vorletzt... Vor... Vorletztens Letztens mal gesagt, dass ich eigentlich ein bisschen gelangweilt bin Im Moment von den ganzen Releases von diesen Spielen Wo du halt immer so einen super mächtigen Typ hast Der durch den Zufall als Superkräfte kommt Und dann der Oberkiller ist Weitwegen auch Prototype, Darkness Alles Mögliche Aber das finde ich jetzt gerade geil Diese Psycho-Kacke, die dann da ist, als er anfängt, stimmst Also das finde ich jetzt voll super Ich weiß nicht, ich habe die anderen Spiele jetzt gerade nicht gespielt, ehrlich gesagt Aber ich muss nur sagen, das finde ich voll super Wenn ihr das auch super findet, dann gebt doch bitte mal einen Daumen Und zwar nach oben So, hier, so, nicht so, sondern so Also, ist der Finger oben? Wenn wir uns loben Ja Okay, wundere ich auch Warum stehe ich da drauf und dreh's nicht? Ja, okay Ich stehe hier da drauf, es dreht sich von alleine Ich spreche euch gleich alle in die Beine Warum kann er nicht mal den Kopf nach oben machen, wenn er doof ist? Ich spüre deinen Liebeskummer, Kondit Ja, so eine, so eine Boah, Kondit, Achtung, Achtung Bäm Komm, hole mit Sehr schön Boah, ist jetzt den XP? Oh fuck, du hast noch einer? Verdammt, jetzt geht's aber ab Halt den Mund Bäm, 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 bäm Einfach der Nazi-Boys Okay Okay Also jetzt gibt's grad ziemlich ab Was ist das hier? Oh ne, das kann man auch schälen, ich glaub's nicht hier Wow Nein, 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 nein Cone McGrath, Cone McGrath, Cone McGrath, Dave, 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 Cone, Cone McGrath Okay Achtung Warum können wir das eigentlich nicht? Das sieht auch so geil aus Weil wir nicht so cool sind Okay Ja, davon kann er das nicht Ich würd auch doch sagen Ich schwinde Bäm Noch ein Konto? Nein Achso, das war einer Siehst du das auf der Karte? Ja Auf der Karte sehe ich nur, dass ein Gegner da ist Okay Ja Komm, wo war der letzte? Der letzte? Der letzte? Da steht er Okay Das war noch ein Zivilisten Verletzten getötet The Last Stirb doch jetzt Nein Fick ich glaube ich nicht gespielt. Ja, willst du das nächste Ventil machen? Nein, das möchte ich nicht. Es sah auch so übertrieben schwer aus. Ich glaube, ich wäre echt fünfmal verreckt jetzt. Okay, okay. Ja, also das wäre für euch, glaube ich, langweilig echt. Wenn ich das Ventil drehe, spritzt mir eine Ladung Dreck ins Gesicht. Dann dreh ich durch und höre wieder Stimmen. Vielleicht sollte ich diesen Kerl dazu brennen, es zu machen. Allerdings erfahren wir da nicht den storytechnischen Hintergrund, den wir durch diese Stimme mitbekommen. Ist nicht wirklich wichtig. Okay. Wie heißt es jetzt, dass du... Okay, ich mache es. Ja, böse Tat, hallo. Ja, klar, aber ich elektrisiere dich. Oh, ich muss es jetzt machen. Nee, ich habe mal alles eingegeben. Ich bringe das Ventil dazu, aber ich brate dich wie eine Scheibe Speck. Ah, okay. Deswegen mache ich das. Ich brate dich wie eine Scheibe Speck. Wie Bacon. Wie er es aber mit den Händen am Kopf macht. Weißt du das? Ja, das ist gute Arbeit. Das hat ja auch Stimmen im Kopf. Die Ventile sind zu. Jetzt müssen Sie herausfinden, wie diese Irren den Teer im System schleusen. Die einzige Hauptleitung hier verläuft unter dem Memorial Park. Suchen Sie im Tunnel danach. Halt. Ist das schon... Wir sind bald... Das kann nicht dein Gegner sein. Na, wir müssen aber fast da sein. Krass. Ey, wir sind Bandit. Kam es irgendwann, dass wir Bandit sind? Nee. Ey, cool, guck mal, wir sind Bandit. Wir sind Bandit? Hä, wir sind Bandit. Ja. Wir sind ein bisschen Böser. Du weißt nicht, was Liebe ist. Oh, die Urheilung. Ich werde es Ihnen zeigen, dann wird der Mistkerl sehen, was er verloren hat. Okay. Ist das eine Ex-Freundin? Ähm, ja, aber ich mache das gleich. Keine Ahnung. Okay. Also, ist das keine Ex-Freundin von dir? Vom Sieg? Nee, das ist das Schwerste. Okay, gut, dann lassen wir es einfach und sterben erstmal. Nein, tun wir nicht, weil ich mächtig bin. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, jawohl. Das hat sogar gereicht, ich bin noch so gut. Okay. Oh, bam. Oh, bam. Immer weiter, bam. Oh, Gott, ey. Wuhu, wuhu. Also langsam hat er Übung. Die sollte ich auch mal kriegen. Ja, solltest du vielleicht? Ja, also... Aber ich habe das Spiel ja auch schon mal durchgespielt mit dem Kostil. Ja. Boah. Wichser, blöder. Oh, was war... Hat er jetzt gerade gegen das Ding geschossen? Selbstmordattentäter. Spast. Spast. Du weißt nicht, was Liebe ist. Wahre Liebe. Geh doch, Stern. Ich werde es dir zeigen. Ich werde es dir zeigen, was wahre Liebe ist, in dem ich dich umbringe. Und der nicht gar sehen, was er verloren hat. Okay. Alles kommt schon leicht. Schiss. Bisschen? Ja, doch. Ja, die Katar hat immer alles in die Luft schwenkt. Immer weiter. So, nachdem wir jetzt hier ganz im Tunnel, ja, da kommen ganz normale Menschen gut und so. Aha. Als letztes noch sein, ja, also ruhig und so. Okay, ich glaube, das war es jetzt. Nee. Nee. Nee, da kommt noch mal recht. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ja, das passt noch. Vier Minuten. Drei Minuten. Okay. Äh, was zum... Okay. Was zum... Ich wollte es gegen die Trubbilder kämpfen. Und gegen die Echtzeitzeitlicht. Oh, klasse. Also, Pfeffer, mal. Ich explodieren würde mich so wissen. Danke. Man kann sogar, wenn man schnell genug ziehen kann, das... Oh, fuck. Na, man kann sogar, oh, fuck. Ja, das ist doch mal ganz hart. Also, man kann sogar. Rappen? Ja, ich muss erst mal überlegen. Also, man kann jetzt über irgendwas, aber er kann das gerade nicht sagen. Oh, fuck. Nein, Achtung, kein... Nein, Achtung, kein... Boah, Alter, wir müssen von der Wunsch... Krass, war das ein Trubbild? Nee, da ist von der. Die da einfach mal so ein... Trass teleportieren kann. Ja, das hat er drauf. Das ist krass. Der liegt am Boden, aber... Voll am Boden, aber... Achtung, und... Granate. Schade, ich wollte den Kondit auszuhauen. Das ist krass. Boah, gibt es irgendwie einen Bonus, wenn du den aussorgst? Ja. Okay. Dunkres Mahl-Bonus. Das war... Oh, 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 oh. Jetzt gibt es wieder... Ein Tankraschleicht mit dem Rohrverlust. Ja. Ja. Er ist die Quelle der Seuche. Zerstören Sie ihn. Okay. Ja, ich zerstöre ihn. Die Quelle der Seuche ist der... Also, was haben Sie jetzt da reingeleitet? Nochmal? Nein. Die Seuche. Die Seuche. Das kann man nicht erklären. Verdammt, was ist das für ein Zeug? Also, ich kann es erklären, aber... Scheint organisch zu sein, aber keine Ahnung, wie Sie es herstellen. Ja, mich hat es ganz schön... Ich habe beeisen. Ich gehe jetzt zurück zu Sieg. Mir drückt das... Lass schon, das war auch schon. Ja. Keine Angst, allzu lang kann es gar nicht mehr dauern. Okay, also... Aber ich... Wir sind eigentlich auch schon mit der Zeit gut. Okay. Das heißt, also, wir haben Psychospielchen abgeschlossen. Wir sind so magiert und ihr seht, wie wir aussehen. Oh ja. Also, da ist viel Dreck gerade dabei, aber wir sind uns so böser und schmutzig jetzt. Ja. Und das ist ziemlich cool. Wir sind gespannt auf den nächsten Part. Und ihr wischt euch auch. Und wir sagen jetzt mal Adios. Au revoir. Ciao. Servus. In allen Sprachen der Welt. Bye. In allen Sprachen der Welt. In allen Sprachen der Welt.